Dies ist eine uralte Geschichte. Besser noch, eine zeitlose. Haben Sie morgen schon was vor? Warum? Sie und ich werden die Nacht miteinander verbringen. Wer hat dir das gegeben? Es gehörte meinem Vater. Das ist ein Talismann. Du brauchst ihn mehr als ich. Wenn du mich verlässt, bin ich zu allem fähig. Das weißt du. Neapel, 26. Juni 2017, 10.23 Uhr. Nicht identifizierte männliche Leiche. Geschätztes Alter, ca. 30 bis 35 Jahre. Ich kannte das Opfer. Gibt es noch mehr solche Fotos von mir? Er hat was gesehen, das er nicht hätte sehen sollen. Darum ist er tot. Wer weiß? In was bin ich da reingeraten? Stehe ich noch unter Verdacht?